Rillian? Wo warst du so lange? Was ist passiert? Er konnte mich nicht leiden. Nur weil ich neu war. Weil ich ihre blöden Regeln nicht mochte. Weil ich anders war. Was soll's. Du hast vielleicht was angestellt da draußen. Wen interessiert das? Für mich bist nur du wichtig. Komm zurück und schließ dich wieder unserem Rudel an. Willkommen im Rudel. Oh, toller Haarschnitt übrigens. Meine neue Freundin spinnt. Sie ist wie ein wildes Tier. Du kannst nicht in eine neue Schule gehen, bevor wir die nötigen Papiere haben. Ich will nicht, dass sie sich anpasst, Chef. Ich will, dass sie wieder in die Wildnis zurückgeht. Du wirst niemals dazugehören. Den Streit führt man sich nicht ein. Du musst einfach viel...gerissen lassen. Ja, schön. Das krieg ich hin. Du musst dir überlegen, ob du es schaffen willst. Wenn du es nicht kannst, dann ist die einzige Lösung, dass du verschwindest. Ich möchte, dass wir Freundinnen werden. Wirklich nicht. Sie kann es nicht kontrollieren. Wenn ich es gelernt habe, dann soll das auch. Mom, sie schafft das, okay? Sie kann sich einfügen. Schule ist was Tolles. Am besten finde ich die Toilettenspülung. Soll das! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020